Michael Schenk ist ein deutscher Schauspieler. Leben Michael Schenk wurde in der Staatlichen Hochschule für Musik unterstellende Kunst Stuttgart ausgebildet. Er spielte vor seiner Fernsehlaufbahn in Potsdam am Hans-Otto-Theater, in Stendal am Theater der Altmark und in Berlin am Theater am Halleschen Ufer. Seit 1998 spielte er bei einigen Kinoproduktionen mit, unter anderem in Nichts als die Wahrheit, Duell Enemy at All Gates, Napola Elite für den Führer, München, der Bader-Meinhof-Komplex, das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte, Zeiten ändern dich und die Friseuse. Außerdem trat Schenk in vielen Fernsehfilmen und Serien auf zum Beispiel SK Kölsch, mehreren Tatortfolgen und Stohlberg. Als Drehbuchautor schrieb er die Vorlage zum Fernsehfilm Ein guter Sommer und erhielt dafür den Grimmelpreis 2012. Theater, 1992 zu 1993. Engagement am Hans-Otto-Theater, Potsdam, 1993 zu 1996. Engagement am Theater der Altmark-Stendal, 1997 zu 1998. Freie Theaterproduktionen, DT Barrake, Theater am Halleschen Ufer, Berlin, 2004. Einfach das Ende der Welt, Regie, Ingo Kerkhof, Düsseldorfer Schauspielhaus, FFT, Filmografie, 1998. Baby Raubkinder fremder Mächte, 1999. Der Fahnder, Gut oder Böse, 1999. Drei Gaune ein Baby und die Liebe, 1999. Nichts als die Wahrheit, 2000. Siska, Mordfreihaus, 2001. Das Baby-Komplott, 2001. Duell Enemy at Allgates, 2001. SK Kölsch, Tour de Koloin, 2001. In Station Tanke, 2001. Finnlandia, 2001. Viktor Vogel, Commercial Man, 2002. Tatort Undercover, 2003. Die Chur Live, 2003. Die Sitte, Blindes Verlangen, 2003. Ritas Welt, 2004. Das Kommando, 2004. Ein Fall für zwei, Mord aus Liebe, 2004. Küstenwache, der Anschlag, 2004. Napola Elite für den Führer, 2005. Im Namen des Gesetzes, Stirb, Mörder, 2005. München, 2005. Soko Wisma, Wikingergold, 2005. Unter Verdacht, Willkommen im Club, 2005. Videotagebuch von Dennis Gansel, 2006. Der beste Lehrer der Welt, 2006. Nicht alle waren Mörder, 2006. Tatort Unterkontrolle, 2007. Die Frau vom Checkpoint Charlie, 2007. Die Weihnachtswette, 2007. Ein starkes Team, Stumme Wut, 2007. GSG 9, Ihr Einsatz ist Ihr Leben. Bauernopfer, 2007. KDD, Kriminaldauerdienst am Ende des Weges, 2007. Windland, 2008. Bella Block, Reise nach China, 2008. Der Bader-Meinhof-Komplex, 2008. Der Kriminalist, Ruhe in Frieden, 2008. Der Vorleser, 2008. Die Anwälte, Leben und Tod, 2008. Kommissar Stuhlberg, Eisprinzessin, 2008. Leo und Marie, eine Weihnachtsliebe, 2008. Unschuldig, Machtspiele, 2009. Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte, 2009. Der Landarzt, Schusswechsel, 2009. Krupp, eine deutsche Familie, 2009. Soko Leipzig, das nette Mädchen, 2009. Tatort plattgemacht, 2010. Zeiten ändern dich, 2010. Die Friseuse, 2010. Polizei ruf 110 Schatten, 2010. Soko Köln entführt, 2011. Ein Fall für zwei Schicksal, 2011. Ein guter Sommer, 2012. Die Vermessung der Welt, 2013. Das Athlon, eine Familiensaga, 2013. Der letzte Bulle, unsere kleine Straße, 2013. Schneewittchen muss sterben, 2013. Eine unbeliebte Frau, 2013. Tod einer Polizistin, 2013. Wilsberg, die Entführung, 2013. Tatort Borowski und der brennende Mann, 2013. Soko Leipzig, 2014. Mordsfreunde, 2014. Der Staatsanwalt Vaterliebe, 2015. Wer winnt seht, 2015. Britsch auf Spieß der Unterhändler, 2016. Böser Wolf, 2016. Die Spezialisten im Namen der Opfer, 2016. Donna Leon, das goldene Ei.